Haben Sie sich schon mal gefragt, wie Sie aus dem Jahresabschluss noch mehr für Ihre Kanzlei und Ihre Mandanten machen können? Neben Bilanz G&V und Anhang bietet es sich an, mit DATEV Bilanzbericht Komfort einen aussagekräftigen und hochwertigen Erstellungsbericht für Ihre Mandanten zu erstellen. Und das sollten Sie auch. Denn zum einen ist der Erstellungsbericht eine berufsrechtliche Anforderung, zum anderen ist er ein wichtiges Mittel, um Ihr kompetentes Image bei Mandanten und Banken zu festigen. So ein Erstellungsbericht macht Eindruck und ist mit DATEV Bilanzbericht Komfort effizient und einfach erstellt. Da Sie alle wichtigen Werte bereits in DATEV Kanzlei Rechnungswesen vorliegen haben, haben Sie selbst bei Umbuchungen stets absolute Wertesicherheit. Sehen wir uns die Erstellung eines solchen Berichts im Detail an. Für die Erstellung des Berichts greifen Sie auf Vorlagen zurück. Ein Fragenassistent hilft Ihnen bei der Formulierung der berufsrechtlich notwendigen und gesetzlich vorgeschriebenen Texte. Mit Tabellen und Grafiken sorgen Sie für ein professionelles Layout. Viele Auswertungen aus DATEV Kanzlei Rechnungswesen können Sie einfach einbinden, genauso wie beliebige PDF-Dokumente und Bilanzanalysen. Damit bereiten Sie die Unternehmenszahlen Ihrer Mandanten visuell auf. Einmal erstellt, können Sie die Vorlage immer wieder verwenden, auch für weitere Berichte. Aber DATEV bietet Ihnen noch mehr. Auf Wunsch können Sie Ihren Bericht über das DATEV-Druckzentrum professionell binden lassen, im Corporate Design Ihrer Kanzlei. Nutzen Sie dazu einfach den Assistenten Bindung im Kanzleidesign. Mit einem gebundenen Exemplar beeindrucken Sie Ihre Mandanten nicht nur mit der inhaltlichen Qualität Ihrer Arbeit, sondern überzeugen auch mit dem äußeren Erscheinungsbild Ihrer Kanzlei. Aber das Beste ist, Sie können DATEV-Bilanzbericht Komfort drei Monate kostenlos testen. Nehmen Sie dazu am besten gleich Kontakt zu uns auf unter 0800 32 83 825. DATEV-Bilanzbericht Komfort – Ihr Erstellungsbericht als Visitenkarte.